Andreas, du bist mal schon fertig. Ja, das Blech ist doch nicht. Ja, der ist einfach weg in der Fladen. Dann ist die Wirbsschale dran. Genau. Aber das ist schon gut. Das ist kein Wollans. Das ist kein Wollans. Ich bin auf Filmen. Ich weiß, er könnte heute Morgen steigen. Wir fliegen. 7. 7. 8. 8. 8.